Aber jetzt mal auf, für live. Nee, ist er nicht. Scheiße, Mann. Wir sind ein Scheißverein, das bleibt so. Ja, natürlich, das finde ich auch total okay, wenn ihr das denkt. Oh, hier, live, es geht los, Werbung. Werbung läuft schon. Oh, Mann, ey. Was für, das macht doch keinen Spaß, wenn ihr kommt. Das ist ja mehr so, da geht's mit Fernglas ins Stadion und guckst dir die an, so, oh, guck mal, ey. Wow. Ja, so, da ist doch nur noch, da kannst du doch immer davon ausgehen, dass die 5-0 gewinnt. Und wenn du mal nur 2-0 verlierst, sagst du, boah, wir haben heute echt ein gutes Spiel gemacht. Na, Lemmy, hast du schon deinen ersten Kommentar? Jawohl. Sehen Sie heute. Das ist bitter für die Liga, ey. Ich meine... Aber ganz ehrlich, ich bin auch mal gespannt, wie der James überhaupt einschlägt. Der James, der bringt's nicht, ich sag's euch, Leute. So sieht's aus, kleine Maus. So sieht's aus, kleine Maus. Ohne Fußball zu kennen, das hör ich schon. Der James hat das nicht gekauft. Super, der Tolisso und der James sind ja auch richtig geil zusammengekommen. Ja, schönen guten Abend. Ja, und der Müller, der wird lachend auf der Bank sitzen. Boah, so viele Leute schon, ey. Ja. Was sind die Leute? Wer hat mich angemeldet, oder was? Wo kann ich hier die Liste sehen? Zuschauerliste. Lad, lad. Jo, keiner angemeldet. Kein Problem. Ich muss mir nochmal ganz kurz ein Wasser holen. Naja, ich... Ich darf das schon mal. Ja, das ist schon krass. Ja, und dann werdet ihr wahrscheinlich, ich meine... Werdet ihr mit einer Stammehelf spielen, oder werdet ihr rotieren? Wir müssen rotieren, ansonsten hast du das gleiche Problem wie letzte Saison, dass am Ende des Jahres brauchst du die zweite Reihe und die ist dann nicht bereit. Und darum muss von Anfang an rotiert werden. Den Fehler darf Ancelotti nicht ein zweites Mal machen. Du, ihr steifen Ficker. Ja, das Einzige, was ihr natürlich damit nicht kompensiert, ist diesen Wettkampf, den ihr eigentlich braucht, um dann auf dem Niveau zu bestehen gegen Real Madrid im Achtelfinale, ne? Ja, das Einzige, das ist das Einzige, was ihr dadurch nicht erreicht. Wir spielen gegeneinander, richtig. Ach, schade. Oh, Matze. Ich finde es immer interessant, was so gegen Fremde, aber... So, für gegen Fremde, schlimmer. Guck mal, hier, ich, Junge! Guck mal, ich, Junge! Du bist wenigstens heiß, Ani. Hier, Junge! Scheiße! Dafür hörst du mich ja. Jawoll, Arango. Guck dir das an. Hätte ich eine Sekunde eher gebraucht, aber passt schon. Ich will mich nicht beschweren, keinem Krefeller Anschluss. Ja, und ich muss erstmal hier an meine Leutesteuerung gewöhnen hier. Ich habe mich jetzt gerade mal eben umgestellt. Oh, der Ani ist Rockstar, ey. Der hat sein Publikum und dann... Oh, 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 oh. Wen habe ich denn da ausgespielt? Ich stream aber nicht heute. Ich bin hier nur, äh... Hau rein, hau rein, hau rein, wo bist du? Ich hänge hier an der Wand, Junge! Ich war wieder zu ballgeil. Oh, ich habe mich wieder ausgetreten. Komm, ich komme! Jetzt lege ich mir vor, ich lege mir vor. Ja, ich hätte ihn noch gehabt, Mann. Lugosi. Ich versuch's noch. Oh, ich baue nur scheiße. Oh, jetzt schlägt der Lemmy zu. Jetzt schlägt der Lemmy zu. Nooo! 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 Ich guck's mir nochmal zeitverzögert im Stream an. Das stimmt. Das kommt auch gerade rechts rüber. Nooo! Nooo! Und Lemmy sich gefreut hat, er hat richtig gewitzt. Oh, scheiße! Ach, da bist du! Alter, ich hab hier wieder nichts. Nee, der Anno noch guckt, wir können sie den Pontschutz schicken. Ah, wer war das denn? Llammo wieder, ey! Llammo wieder, ey! Der Lemmo, der Lemmo. Der Lemmo, der Lemmo, der genau. Llammo. Wie man sieht. Komm, Junge! Junge! Schon lesen. eine runde habe ich kann mich konzentrieren danach fahre ich nur ins auto das heißt es sind gerade nur der matze du und ich die zu gucken was entscheidend momentan ja da weiße da gibt du den schon bewusst seit und mit ihr pünktlich war die glaube ich muss man zu primetime sind nicht nur fünf senden wusste alles was die zuschauer abklagen dazu glaube ich ziemlich unterschiedliche zielgerufen hat es scheint weil er war eine starke zeit ist schon wieder frei wir haben den denn nicht reingemacht ich hab für euch super gerettet nein jawoll Logosik das war der Matze aber Mann da fährst du mir in den Strahl ey das kann doch nicht wahr sein in die Mittelsprache ich mach's ja direkt wieder gut man AHHHHH der Tau ist überall das war aber ein deutscher ne ich mach's ja direkt wieder gut man ja klar deutscher ich bin noch keine Frau nur Frauen können das wieder gut machen oh jetzt guckt jemand Fremdes zu und ich hab so was sexistisch sexistisch das hat Trion behandelt objekte wie Frauen ich fahr du fährst nicht du fährst nicht Kommandos aus Düsseldorf oh oh wo warst du Schraube ich weiß nicht ich hab mich nervös gemacht so schön ich hab mich nicht mehr getraut und bin in die Ecke gefahren um mich zu stellen und bin in die Ecke gefahren um mich zu stellen na gut ich hab die Pant ja super Pant NEIN so sag das nicht so Typ ja ja hei jei jei das war auch belastend so komm ein schnelles noch an die hei 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 oder zwei am besten ach der Lemmy liegt zwei wieder da bist du ja hei hei was du da der kommt der kommt der kommt gar nicht schlecht da kommt komm 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 Andi oh nee Andi hol dich fass aus hau ihn weg Watzel jawohl steh mit dem Weg sagt er oh schlecht Arango du musst alles retten ja meine starken drei Sekunden sind vorbei ja er muss sich echt noch an die neue Steuerung gewinnen aber es funktioniert langsam oh wir haben noch einen neuen Zuschauer ich hüpfe jetzt extra mal nicht ja ja schönen guten Abend boah schiebung ja reingeschoben ja sicher was schiebung sagte Andi ja reingeschoben die Pille war alles gut der Lemmy hat seine Kamera umgestellt wo ist denn deine Kamera? auf dem Fernseher oder was? naja vor dem Fernseher naja ich hab ab und nur wieder einspiegelt die war vorher spiegelverkehrt ab und nur und ab und nur so Lemmy jetzt darfst du mit mir Vorlieb nehmen oha naja sorry Lars er dachte jetzt schon sorry da muss sich der kleine immer so oft sagen oho oho der kommt fertig jawoll jawoll was soll denn da los? oh schönes Ding lange Ecksie sind eh mal schön ich fahr 2 geblockt noch mal zahun weg nein die rücker ist noch vorbeigeflogen ist das denn wahr guck mal hier das mit dem Tore können wir gar nicht schießen ich war drauf Emi hast du ne? Emi wo bist du? Wo bin ich? Rammelt der mich weg der Arangonese da Glaubst du?